Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest mit Alika und mir. Hallöchen. So, und ich geh jetzt mal hier, ich geh vor dir auf die Knie, cool, ne? Ja, cool. Jetzt kann man allerdings auch was Unanständiges denken. Lassen wir das lieber. So, achso, wo sind wir jetzt eigentlich? Sind die Zombies weg, die hier in der letzten Nacht noch waren, als wir beendet hatten? Da hinten läuft das Krokodil weg, das find ich super. Ich seh immer noch keine Krokodile, aber ich muss aber erstmal... Ach doch, hier, da unten im Wasser läuft ein Krokodil. Ja, es ist da genau rechts von dir ist das, glaub ich jetzt. Ähm, so, wir hatten... Ist ja egal. Kann ich nicht rennen? Ich hab keine Energie mehr. Ja, ich hab auch keinen... Ich hab Hunger, wie blöd und... Ah, ich auch. Ich bin am verhungert. Ich hab auch nichts zu essen. Doch, ich hab noch ein paar... Links von dir ist ein Krokodil. Ähm, ich muss mal gucken, wie das... Echt? Ja. So, ich schmeiß dir mal was auf den Grill. Ich hab mich doppelt. Oder ich hab mich gerade kurze Zeit doppelt gehört. Okay. Vielleicht sehr empfindlich. Ja, also ich hab... Ja. Äh, nicht, nicht, nicht brennen. Ich hab, äh, nichts zu futtern bei mir. Okay, ich hab da gerade einen Arm reingelegt. Hast du noch was? Äh, ja, ich hab noch einen zweiten Arm. Cool, wir haben zwei Arme. Und einen Kopf hab ich auch noch. Weil Arme und ein Kopf... Das Essen ist doch top. Jam, jam, jam. Ja, ich würd auch gleich sagen, dass wir dann danach... Oh, ich hau mir das mal rein, ne? Ja, mach mal. Ja. Ah, was ist denn hier? Was ist denn hier? Was hat mich denn hier gerade angegriffen? Ich hab was angegriffen. Vielleicht bist du ins, äh... Achso, nee, das kann sein, weil du den... Ja, wegen dem Arm. Hab ich auch gerade gehabt. Ist egal. Achso, also... Wir werden denn schon nicht sterben. Wollen wir da jetzt... Da hat man gerade Berti gehört. Wie er meinte, sich schnüpfeln zu müssen. Äh, Gesundheit, Berti. Naja, nee, genießt er da nicht. Ja, wir wollen weiter, ne? Ähm, ja, hier sind auf jeden Fall noch Koffer. Ja, seh ich jetzt auch. Die wollte ich mal aufmachen. Und, na toll, hier ist so ein blöder Tennis-Ball. Den braucht kein Schwein. Weck. Ich weiß doch nicht, ob das ein Schwein braucht. Oh, hier kann man trinken. Ja, das fände ich hier nämlich ganz gut. Oh, hier sind Schoko. Hier sind Schokoriegel. Cool. Was ist hier? Hier liegen auch noch Schokoriegel und ein bisschen was anderes. Was ist das? Ja, was war das jetzt? Hier hängt einer. Guck mal, hier hängt einer. Guck mal, hier hängt einer. Hier, den können wir abwerfen. Da ist eine Schildkröte. Haben wir überhaupt noch was für eine Schildkröte? Haben wir noch einen Schildkrötenpanzer? Ja, ich hab noch einen Schildkrötenpanzer. Ja, ich hab auch noch einen. Aber ich finde die Ecke hier eigentlich ganz cool, weil wir kriegen ja hier... Nein, nicht essen. Also ich muss ja sagen, ich find die doof, die Ecke. Echt? Ja. Ich hab grad irgendwie eine Tonstörung gehabt, okay. Ja, Mirga, wir können auch weitergehen. Ja. Ja, ich will was anderes sehen. Ich bin da diesmal sehr wählerisch. Und da hat man grad mein Handy gehört. Achso, okay. Dann waren das auch deine elektrischen Störungen, die ich gerade hier... Kann nicht sein. Äh, doch, kann doch sein. Auch verdammt. Mein Handy ist ja doch in deiner Nähe. Ich dachte grad, das ist mein Handy. Ja, wollen wir einfach mal weiter... Ja, können wir. Also wir können ja uns einen See suchen, wo wir auch Fische fangen können. Ja, irgendwie was Schönes. Aber hier ist... Also ich find das hier eigentlich ganz schön. Okay. Das hier ist so unspektakulär. Ich weiß auch nicht genau, was ich suche, aber irgendwas Spektakuläres. Alter, willst du mich verarschen? Komm her, Hase. Hallo? Du schon wieder an deine Hasen. Jetzt. I kill the rabbit. Nein. Wo jetzt lang? Du, keine Ahnung. Du führst. Mhm. Äh, wo bist denn du? Ich bin hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ach so. Ja, da zum Berg. Nö, ne? Hier ist ein Lurch. 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 Wo? Wo? Ich hab schon wieder Hunger. Da. Echt? Du hast doch gerade einen Arm gegessen. Ach so, ich hab zwischendurch natürlich auch Pilze gegessen. Ja, weißt du, ein Arm ist nicht ganz so nahrhaft. Ja, ist nur abknabbern, ne? Wie Schickwings. Ja. Nee, weiß ich nicht. Wollen wir vielleicht in, in, in die andere Richtung? Nach da hinten? Rechts rum? Ich weiß nicht, ich wollte mir da nicht hin. Nee, keine Ahnung. Ja, können wir. Ich meine, es gibt dann noch ein weiteres Teil, äh, äh, ein weiteres Flugzeugteil, ne? Ja, wir hatten das Cockpit gefunden, ne? Ja, aber dann gibt's doch noch eins, ne? Das Mittelteil, oder? Ja, da, da sind wir ja gestartet. Du startest doch im Mittelteil. Nee, ist das doch das Ende, oder? Es gibt nur zwei Teile. Was, dass es drei Teile gibt? So hat ich das irgendwie verstanden. Hm, soweit ich weiß, gibt's nur die zwei Teile. Mann, no. So, wir sind jetzt hier aber schon wieder Schneewelt. Nee, das find ich doof. Dann lass uns mal hier rüber. No more open. Wobei, wobei Schneewelt ist immer futterträchtig, aber egal. Ah, aber dafür ist es kalt. Wo bist denn du? Hinter dir. So, warum renne ich hier eigentlich noch mit dem Feuerzeug rum? Wie blöd. Ach, hell genug. Äh, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Nee, weil da, wo wir eben waren, da hab ich einfach zu viel Angst, dass uns da wieder, äh, die Krokos erwischen. Okay. Däuner streifen wieder aufs Land. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Sind wir hier denn hier? Hier waren wir doch schon. Hier sind wir doch rüber gelaufen. Achso, okay. Jetzt ist es mega neblig grad. Äh, nö. Jetzt geht's wieder. War doch ein bisschen neblig, ist es bei mir. Ich bin jetzt am Stra... Achso, da bist du. Da weiß ich nicht. Hier oder auf die andere Seite oder... Es gibt doch hier bestimmt noch mehr zu erkunden, ne? Ja. Weil ich weiß nicht, das würde ich jetzt irgendwie doof finden, wenn wir wieder einfach nur ein Haus bauen. Ja, also ich würde... Ein Factor-Ort wäre eigentlich, wo ein Bach ist, ähm, mit Fischen drin. Und, ähm, relativ viel Holz in der Nähe. Was ist das hier? Achso, neuer Stein. Ja, aber ich würde es halt gerade noch doof finden, wenn wir uns jetzt schon wieder eine Unterkunft suchen, weil dann sind wir ja durch mit... Erforschen. Achso, jetzt sind wir wieder ganz... Guck mal, da hinten unsere erste Unterkunft gebaut gehabt, ne? Ja, sehe ich auch gerade. Ne, die zweite. Ja, oder die zweite. Ähm... Da ist ein Schwein. Na gut, egal. Warum sind wir denn hier wieder so, so übelst schneelastig? Ich will keinen Schnee. Schnee ist kalt. Du rennst zum Schwein. Vor dir ist ein Schwein. Vor dir ist ein Schwein. Ach, hier. Trinken kann man hier draus auch nicht. Oh, da sind... Da sind Koffer im... Ja, aber die kannst du ja nicht öffnen. Ne, leider nicht. Oder doch mal auf die andere Seite. Also ich würde sagen, wir... Oh, hier rennt einer weg. Komm her, du Sau! Wurden wir entdeckt. Ja, hier backt noch einer rum. Helf ihm beim... Jetzt ist er weg. Bei mir war nix. Wo auch immer er ist, er soll in Frieden ruhen. So. Äh, ich glaube, wir müssen... Keine Ahnung, wo lang. Achso, doch. Ich wette, guck mal, da ist das Haus. Was ist denn da? Da waren wir ja gerade, ne? In unserem Haus. Ne, wo? Was? Uah! Was denn? Was so? Moin. Oh, ich habe mich erschrocken. Auf einmal nur so von hinten, dieses Geräusch. Oh, doch, drauf da. Nicht sterben. Der will auch nicht. Der will auch nicht. Da kommt ein zweites Weg. Hier, weg, hier, weg, hier. Das schaffen wir nicht. Lauf. Ja, ich lauf. Ja, zu mir. So, aber nee, wieso? Die sind da jetzt auf mich fixiert. Ah, ich bin hier voll in der... Ja. Passiert. Bin am sterben. Kann mich aber auch... Ich kann mich nicht mehr umgucken. Die haben mich in Flammen gesetzt. Das ist ja geil. Also bist du auch am sterben, ja? Kann ja auf Restart drücken. Nein, 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 warte. Okay. Ja, vergiss es. Also die sind... Die sind wirklich overpowered, grad. Ja, ey, die haben mich in Flammen gesetzt. Ja, aber da müssen wir andere Seiten auch ziehen bei denen. Okay, das war's mit dieser Folge. Wir sind wieder gestoppt. Nein, wir sind erst bei neun Minuten. Und wir sind jetzt hier schon wieder im Flugzeug. Toll. Cool, das Essen ist hier respawned. Ja, aber... Die ganzen Medikamente. Finde ich jetzt ja nicht so schlecht, ne? Naja, gut, aber uns fehlt der ganze andere Krempel. Was für ein anderer Krempel dann? Na, Pfeil und Bogen. Ach, komm, das können wir wieder... Wieder... Geht doch mal weg da! Mensch. Das machen die Axt. Das können wir uns wieder beschaffen. Oh, hier ist noch was. Hier war auch irgendwo noch ein Rassessen da. Okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf ne anderen Seite. Ach ja, wie im richtigen Leben. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja, jetzt bestimmst du mal, wo wir hinlatschen und wo wir bleiben. Meins hat ja eben kein Glück gebracht. Ja. Was lernt man daraus? Frauen und Survival. Ja, mich auch. Pass lieber auf, dass wir hier nicht verrecken. Ich versuch' mir jetzt hier, ähm, auf jeden Fall erstmal wieder Seile zu klauen. Falls es hier überhaupt irgendwo welche gibt. Also hier ist das Dorf, wo ich bin. Ja, bin ich auch. Gibt's ja eigentlich immer Seile, ne? Also hier ist noch ein anderes Dorf. Hier ist ein Lurch. Ein Gebüsch. Ey! Was denn? Der Lurch ist von mir weggerannt. Ja, was soll er denn machen? Darauf warten, dass du ihn tötest? Ja! Das verlang ich von dem Lurch. Oh, hier ist ein Seil. Das ist schon mal gut. Hallo? So. Ein Seil hab ich. Geht denn jetzt ab? Alter, die Möbel fliegen hier wieder rumher. Hier ist noch ein Seil. Kisten. Fässer und Kisten. Kisten und Fässer. Ich guck grad mal, ob ich hier auch irgendwas finde. Na, Energies. Kann ich nicht kaputt machen. Oh, ganz viel Soda, ganz viel Soda, ganz viel Soda. Ja, oh, hier sind, ähm, hier sind noch Dynamitstanden. Zack, zack, zack. Reie. Wieder in die Luft sprengen. Also ich würd schon gern meine, meine ganzen Sachen wieder haben wollen. Weil, was waren, was waren das jetzt eigentlich noch? Pfeile und Bogen? Mehr hatten wir noch nicht. Echt? Nee, ja, echt. Also. Okay, naja, gut, das kann ich mir auch jetzt hier so, ach so, Quatsch. Ich musste wieder hier doch dann so craften. Wie ging denn das? Also, ich fand jetzt nicht, dass wir da jetzt so viel schon hatten. So, okay, meinen Bogen hab ich wieder. Ähm, ach so, meine Axt muss ich mir ja wieder bauen. Ja, doch, weißt du, ich hätte, ich hätte doch schon so eine gut, gut zusammengecraftte Axt. Ja, aber die kann man sich doch auch wieder bauen, oder? Ja, aber die musst du dann auch wieder aufwerten. Ich weiß nicht, ich würd das jetzt als Zeitverschwendung finden, wenn wir jetzt da echt wieder zurückrennen. Okay, dann lassen wir das. Ich hatte die Frage, wo wir jetzt hingehen. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Oh, was war das denn? Hier ist ein Eichhörnchen gewesen gerade. Ja, die bringen nix. Warte. Ähm, wir hatten doch hier unser erstes Häuschen hingebaut. Ja, könnte sein. Das heißt, da ist auch noch der Teich und da müsste dann auch, glaube ich, noch, eventuell, wenn wir Glück haben, ein Speer sein. Was für ein Teich. Hier war kein Teich. Doch, hier ist ein Teich. Da war kein Teich. Guckst du, hier ist ein Teich. Ja, okay, aber hier war kein Speer. Den Speer hast du woanders gefunden gehabt. Ja, doof. Ich finde das witzig, weil wir sind hier, wenn wir jetzt hier, guck mal, da wo ich jetzt stehe, ne? Ja. Hier geradeaus, da wo ich jetzt hingucke, da sind wir langgelaufen. Ja. Und da sind wir gestorben. Ja. Wir haben es einmal im Runde. Kann man sich so ein Speer nicht basteln? Doch, bestimmt. Hatten wir das nicht schon gemacht? Hier sind Frösche. Wieso kann ich mir denn kein Speer basteln? Das ist doch voll sinnlos von dem Spiel her, weißt du? Langer Stock, anspitzt. Hier sind Frösche. Was liegt denn hier? Ich höre Frösche. Kann man die Frösche töten? Wenn man die Fisch hat? Nee, nee, ich glaube nicht. Aber hier sind ja auch, glaube ich, Fische drin, ne? In dem Wasser. Ich habe keine gesehen gerade. Ich habe jetzt aber erstmal ein Lurch aufgesammelt. Nee, hier sind keine Fische drin. Aber da ist ein Riesenfisch. Okay. Ja, du. Achso. Ha, ha, ha. Mega lustig. Ja, fand ich ja auch. Pass auf, hinter dir, eine Spinne. Blöckmann. So. Ich wollte dir eigentlich mal gern den, 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 den gruseligen Baum zeigen. Den gruseligen Baum. Ja, dann würde ich sagen, zeigst du mir den in der nächsten Folge. Ja, ich weiß gar nicht, wo der ist. Wir sind in dieser Folge schon wieder durch. Im, der gruselige Baum. Ja. Aber was ich auch nicht? Du wolltest ihn mir zeigen. Ich weiß nicht, wo der ist. So, ich gehe erstmal hier rein. Ich auch. Hier bin ich nämlich geschützt. Hier sind übrigens auch Seile, falls du noch welche brauchst. Ach cool, wie sind denn wir hier? Ähm, für irgendwas brauchten wir noch ein Seil. Peil und Bogen. Und für irgendwas brauchten wir noch... Achso, für die Axt brauchst du noch, glaube ich, ein Seil. Das weiß ich nicht mehr. Aber wir sind am Ende, wie du schon bereits erwähnt hattest. Genau, wir sind am Ende dieser Folge und sagen Tschüss und sehen uns in der nächsten Folge, wo wir hoffentlich mal ein bisschen länger überleben. Tschüss. Boca. Vielen Dank.